Ich lerne Deutsch. Nummer 12.532 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Trotz aller Schwierigkeiten findet Ludwig immer wieder Grund zur Dankbarkeit für die kleinen Freuden des Alltags. Das Lernen von Vokabeln ist eine Investition, die sich lohnt. Der Ehrgeiz, besser zu werden, fördert die persönliche Entwicklung und Erfolgserlebnisse. Der Ehrgeiz, besser zu werden, fördert die persönliche Entwicklung und Erfolgserlebnisse. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Die richtige Weinbegleitung kann eine Mahlzeit zu einem kulinarischen Erlebnis machen. Kannst du mir zeigen, wie man mit dem Abakus rechnet? Ich habe es noch nicht verstanden. Kannst du mir zeigen, wie man mit dem Abakus rechnet? Ich habe es noch nicht verstanden. Kannst du mir zeigen, wie man mit dem Abakus rechnet? Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es noch nicht verstanden. Halte die Pinsel so, dass sie dein rechtes Auge vollständig bedecken. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe es noch nicht verstanden. poop sind da, få hinein. Ich habe es noch nicht verstanden. Oops. Menge ich auf dem Abakus.